Hallo, hast du schon mal in Deutschland Urlaub gemacht? Wahrscheinlich bist du schon mal eine längere Strecke mit dem Auto oder dem Zug durch Deutschland gereist. Vielleicht bist du sogar schon mal mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren oder gewandert. Was ist dir dabei aufgefallen? Genau, in Deutschland sieht es nicht überall gleich aus, wenn man sich die Landschaft betrachtet. Mal gibt es große Berge, mal kleinere Hügel, manchmal ist es aber auch ganz flach. Aber wusstest du, dass es genau vier unterschiedliche Landschaftstypen gibt, in die man Deutschland einteilen kann? Man spricht dann von den Großlandschaften Deutschlands. Du fragst dich jetzt vielleicht, was eine Großlandschaft ist? Oder wo in Deutschland welche Großlandschaften liegen und wie sie sich unterscheiden? Das erkläre ich dir jetzt. Eine Großlandschaft ist ein Gebiet, das aufgrund seiner landschaftlichen Merkmale eine Einheit bildet. Zu einer Großlandschaft gehören also jene Gebiete, die gleich oder ähnlich aussehen. Deutschland gliedert sich in vier unterschiedliche Großlandschaften. Den nördlichen Teil Deutschlands nimmt das norddeutsche Tiefland ein. Es ist flach bis sanft gewählt. Die höchsten Erhebungen sind nur 200 Meter hoch. Bekannte Landschaften, die zum norddeutschen Tiefland gehören, sind Ostfriesland, die Mecklenburgische Seenplatte, das Havelland, das Münsterland und die Lüneburger Heide. Im Süden schließt sich an das norddeutsche Tiefland die nächste Großlandschaft an, das deutsche Mittelgebirge. Es befindet sich ungefähr im mittleren Teil Deutschlands. Ein Mittelgebirge ist ein Bergland mit Wäldern und langgestreckten Tälern. Es ist etwa zwischen 500 und 1500 Meter hoch. Zum deutschen Mittelgebirge gehören der Schwarzwald, die Eifel, der Bayerische Wald, der Harz und das Erzgebirge. Noch weiter im Süden Deutschlands liegt das Alpenvorland. Das ist das Hochland rund um die Alpen. Dieses steigt von 300 Meter auf 800 Meter an. Die Alpen sind die vierte Großlandschaft Deutschlands. Es ist ein Hochgebirge mit meist steilen Bergzügen. Sie erreichen Höhen von 1500 bis 3000 Meter und sind von tiefen und engen Tälern zerschnitten. Nur ein kleiner, schmaler Teil ganz im Süden von Deutschland gehört zu den Alpen. Wenn du auf die Karte schaust, lässt sich Deutschland in vier Teile unterteilen. Die Zuordnung der vier Großlandschaften erfolgt von oben nach unten, also von Norden nach Süden. Im Norden Deutschlands liegt das norddeutsche Tiefland. In der Mitte die Mittelgebirge. Im Süden das Alpenvorland. Und ganz südlich die Alpen. Die Großlandschaften unterscheiden sich vor allem durch die Höhe ihrer Erhebungen. Das norddeutsche Tiefland ist flach, mit Erhebungen bis höchstens 200 Meter Höhe. Ein Mittelgebirge ist ein Gebirge, das nicht höher als 1500 Meter ist. Das Alpenvorland ist ein Hochland, das 300 bis 800 Meter hoch ist. Die Alpen sind ein Hochgebirge. Sie erreichen Höhen von 1500 bis 3000 Meter. Wenn du in Zukunft in Deutschland unterwegs bist, dann kannst du mit eigenen Augen erkennen, in welcher Großlandschaft du dich gerade befindest. Wenn du mit dem Rad fährst oder wanderst, dann merkst du es sogar am eigenen Körper. Wenn es ganz leicht geht und nicht besonders anstrengend ist, dann bist du wahrscheinlich im flachen, norddeutschen Tiefland unterwegs. Wenn es anstrengend und steil wird und die Berge immer höher werden, bist du im Mittelgebirge, im Alpenvorland oder sogar in den Alpen unterwegs. Und ganz schön sportlich bist du dann auch. Tschüss! 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 fino jetzt. Tschüss! Vielen Dank.